Ein hochkarätiges Event wurde zur Blamage. In der Nacht von Freitag auf Samstag kehrte Boxlegende Mike Tyson, 58, nach fast zwei Jahrzehnten zurück in den Ring. Sein Gegner, Internetstar und Profiboxer Jake Paul, 27. Der Kampf in Dallas, der als offizielles Match anerkannt wurde, endete mit einem einstimmigen Punktsieg für Paul. Doch was für ein Spektakel hätte sein sollen, entwickelte sich für Fans zu einer großen Enttäuschung, dank massiver Streaming-Probleme bei Netflix. Schon vor Kampfbeginn brachen die Netflix-Server zusammen. Viele Zuschauer berichteten, dass während der Vorkämpfe das Bild stehen blieb oder nur der Ton lief. Pünktlich zum Hauptkampf um 6 Uhr morgens, deutscher Zeit, war für zahlreiche User weltweit gar kein Zugriff mehr möglich. Die Social-Media-Plattformen wie X, ehemals Twitter, wurden mit Beschwerden über Fehlermeldungen und schlechte Übertragungsqualität überschwemmt. Für Netflix war es das erste Mal, dass der Streaming-Dienst einen Boxkampf live übertrug, ein teures Debakel. Berichten zufolge investierte der Anbieter mehrere 10 Millionen Dollar in die Rechte. Paul selbst erhielt 40 Millionen Dollar, während Tyson mit 20 Millionen Dollar nach Hause ging. Nach dem Kampf kommentierte Paul, mehr als 120 Millionen Leute bei Netflix, wir haben die Seite lahmgelegt. Währenddessen warten die verärgerten Zuschauer noch auf eine Stellungnahme von Netflix. Die Wut ist groß. Der Kampf, auf den sie monatelang hingefiebert hatten, war für Millionen nicht zu sehen. Sie verpassten Tysons starken Start, der jedoch im Laufe des Kampfes von Pauls Überlegenheit überschattet wurde. Für viele bleibt das Fazit, ein legendäres Comeback, das von einer miserablen Übertragung ruiniert wurde. Dann Untertitelung des ZDF, 2020